moin moin meine freunde und herzlich willkommen zurück zu den sapiens und wie man oben sieht nicht nicht so guten neuigkeiten denn da stellt sich hier alles ein bisschen schwieriger raus als erwartet denn die stellen sich ganz schön blöd an den ganzen kram einzusammeln das zu verarbeiten also das ist echt ein dämlicher haufen der hier rum rennt echt so ein dämlicher haufen dann hört ihr auch auf die elderberries zu essen wo sind sie denn ja okay wird auch nicht gegessen okay ja alle wollen hier den stamm die ganze zeit verlassen weil sie hunger haben weil dies weil das diese krankheit hat ganz schön reingeschissen hier bei mir zu hause aber voller die waldweg die krankheit macht meine leute ganz schön fertig wo waren die bananen hier die jungs und mädels brauchen essen und das nicht zu knapp loving home alter das ist zu verkraften das ist ja lang und gebe was denn dieses wie ich hier drin was soll denn das oh man auch kein platz mehr für irgendetwas neuer stamm wurde entdeckt okay das ist nicht der neue stamm also erst mal wieder auf suche gehen wo sind hier irgendwelche manikigen da sind welche das ist doch gut zwei stück naja immerhin etwas ausgleich zu den leuten die gerade verstorben sind oder mal gesagt habe ich habe keinen bock mehr auf den stamm und tschüss der wurde vom moa zerpflückt diese viecher lauf um dein leben der moa ist nicht ohne aber es ist schon wieder dunkel also ich habe einige zeit jetzt im spiel verbracht leute und habe probiert diese pflanze nach unten zu bekommen es hat auch geklappt aber die sind auf einmal wieder verschwunden ich weiß nicht was die mit diesen pflanzen machen wenn die da unten ankommen wirklich absolut keine ahnung ich weiß nur ich habe es endlich geschafft ein paar elder trees zu bauen anzupflanzen aber da fehlt der ganze rest diese marigold pflanzen die ich jetzt runter geholt habe die sind alle verschwunden ich finde die hier absolut nicht wird wahnsinnig ich schau mal bei flowers aha okay muss ich mal gucken wie viel davon habe ich denn ich ihnen erzähle habe ich gar keine wo die auch immer hin sind keine ahnung ich weiß ich hatte welche aber die sind verschwunden so marigold sechs stück habe ich wo sind die wo sind die gelagert wo sind die gelagert wo sind die pflanzen hier ist das zeug hier ist saatgut hier ist saatgut mhm vollnehmig verkasparen wo ist das zeug Lagerplatz ginger hier ist Flint aber wo habe ich denn noch pflanzen oder irgendetwas mhm also wo diese pflanzen sein sollen ich habe keine ahnung aber wir hatten sechs wo oh mhm da sind zwei schüsseln drin hier ist Lagerplatz für boom aber ich sehe hier nichts ob sie die hier auf dem weg wieder irgendwo verbuddelt haben so pflückt die morgen früh gleich damit er mir nicht direkt an hunger wieder sterbt ja amen so jetzt muss ich mal wieder bis zum tage warten bis es hell ist damit ich hier sehen kann wo der ganze kram ist was haben wir hier nein wollt ihr mich verkaspern hier liegt totes alpaka toll da mach jetzt mal hier so ein Dings hin da verrottet in ein paar Stunden das kann natürlich auch der Grund sein warum ich die nirgendwo sehe ich habe so viel gesammelt aber ständig verrotten die anscheinend weil meine Leute einfach zu blöd sind da einzusammeln naja schauen wir mal hm schon wieder jemand gestorben na los dann mach mal zeig mal was los ist ja will den stamm bald verlassen ja alles gut wir wissen's ja und der da liegt immer noch was ist mit dem kommt ja der aus dem stein nicht raus oder was da wo willst du hin ja der bringt zwei leute mit das ist gut sehr gut aber ah ja der da genau ja und die alpaka die sollten vielleicht langsam mal so ja da sind die pflanzen drin nach hier von hier nach da meine Güte dann müsste es aber eigentlich reichen hier mein Gott die sapiens stellen sich ganz schon blöd an egal mach tapfer weiter in der hoffnung ja hier sind die okay ihr geht bitte nach da von hier ähm war hier nicht irgendwo was direkt vor meiner nase aber die sind belegt komplett belegt jetzt nicht mehr oh jetzt müsste das aber eigentlich langsam mal funktionieren hier so wir haben jetzt hier doch ein Stück wieder alpaka und hähnchen und so warum sie denn jetzt die ganzen alpaka hingeschmissen die knallköpfe und hier alle artikel entfernt da neben brauchen wir nur die flowers sehr gut warum packen die die jetzt hier hin was weil die sind doch echt besoffen sind die doch es darf doch einfach alles nicht wahr sein ach leute ihr tut mir echt leid es tut mir so leid dass ihr das hier so miterleben müsst es tut mir so leid ah es sind wieder orangen vorhanden sehr schön nehmt sie mit damit ihr was zu futtern habt hm na da nur einer egal sterben irgendwo menschen wieder so viele wir brauchen genug platz spähen warum warum legt er denn da rein warum ähm hallo lebt aus hier mit diesen knallköppen was macht ihr hier nur so ich muss das hier mal zerkloppen das darf hier nicht mehr sein sonst bringen die den kram wieder zurück das ist unmöglich mit denen noch nie so ein dämliches pack gesehen ich schwörs euch noch nie hier kommt zum beispiel jetzt nur rein so elderberry ist fertig und das hier wird leer geräumt und zwar alles dahin genau nein 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 ihr wird kloppen oh man das ist hier nichts erlauben hier nichts erlauben bringt es runter Leute und hier auch nichts erlauben Leute ich schwörs euch die machen mich echt wahnsinnig aber da unten platz für die ganzen alpaca warum nehmt die die nicht einfach mit dahin und gut ist guck mal stehen sie wieder alle blöd rum und wissen nicht was sie machen sollen der pennen wieder mitten im sand jetzt haben sie sie hier hingeschmissen oi 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 ok und die sind schon wieder krank geworden richtig pervers Leute. Richtig pervers. Da spielt jemand Musik. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, die würden gerne Feuer anmachen, aber geht natürlich nicht, weil kein Zeug da ist. Ja. Mit Leech wieder einer. Verletzt? Natürlich verletzt. Ein Stück vom Moor wieder erwischt. Ja, was denn noch sonst? Warum soll das denn auch glatt laufen, nicht wahr? Warum auch? So, und du brätst jetzt mal ein bisschen Alpaka hier. 20 Stück. Mit etwas Glück haben wir 20. Seine Verletzungen wurden schlimmer. Alles klar. Haben wir hier hinten. Die sammeln wir ein. Und... Was ist das? Och, Aloe. 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 Wo sind sie denn? Was ist das? Was ist hier denn gespeichert? Warum? Was machen die hier schon wieder? Also, die machen mich echt wahnsinnig. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr... Ich kann es euch nicht sagen, wie sehr die mich irre machen. Ja, knabber, 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 knabber. Ihr sollt nicht knabbern, ihr sollt den Zeug mitnehmen. Alles, was sie abgeholzt haben, haben sie da hingebracht. Ei. Ich flipp aus bei diesen Knallköppen. Das ist doch nicht wahr. Ja. Hackern. Warte, hackern. Irgendwer ist hier Türke. Das ist wahrscheinlich der erste Türke auf dieser Welt. Was schmeißt du den Scheiß da hin? Ein neuer Stamm wurde entdeckt. Übrigens ist er mit. Nur dich. Äh, falscher Knopf. Diese. So. Da pincht wieder jemand draußen. Ist der auch Aloe? Gott, nehmt das mit. Aber hier sind keine Blumen drinne. Warum nicht? Boah, die. Ich flipp aus hier. Die haben das immer noch nicht hierhergebracht. Die wollen mich echt verarschen, die Jungs und Mädels hier. Ja. Äh, was ist hier los? Ach so. So sieht das aus, wenn die wachsen. Ach, die werden vertrocknet. Die haben auch noch keine Beeren dran. Haben die wieder Bananen? Nein, haben sie nicht. Ist noch ein Bäumchen mit Orangen. Zwei sogar? Okay. Lass mich raten. Er hat das Zeug wieder irgendwo hingeschmissen. Genau. Weil was fehlt? Diese scheiß Pflanzen fehlen. Die die einfach nicht an Lagen bringen hier. Was, was, was? Warum machen die das? Warum machen die das nur? Ei, ei, ei. Ja. Lagerplatz der Blumen. Aber hier sind keine Blumen. Ja, alle Blumen, die du finden kannst. Jetzt muss ich diese Pflanze nochmal suchen. Aber wisst ihr was? Das mache ich offscreen. Und ich hoffe, in der nächsten Folge habt ihr es denn endlich mal geschafft, diese Blumen nach unten zu bringen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, meine Freunde. Genießt alles, was ihr habt. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Ich hoffe, ihr habt noch nicht die Schnauze voll, so wie ich es habe. Wir sehen uns. Macht's gut.